Eins, zwei, sehr gut. Und noch eins. Und jetzt lehnen Sie Ihren Kopf an Ihre Frau. Ja, die Köpfe zusammen. Ja, zusammen. So? Ja, sehr gut. Eins, zwei, drei, lächeln. Sehr gut. Wir sind hier, weil Thomas unheimlich viel arbeitet. Aber in den nächsten fünf Tagen kümmert er sich nur um seine Familie. Gewaltige Kräfte das sind. Ja, ist das auch sicher? Ja, natürlich. Die wissen, was wir tun. Papa! Papa! Das sieht aber nicht so aus, als sei es. Papa! Gefährlich, keine Angst. Papa! Ari, Ari. Als die Lawine kam, da bist du vom Tisch weggerannt. Nein. Du hast iPhone und Skihandschuhe genommen und bist von mir und den Kindern so schnell du konntest weggerannt. Ich nehme lieber deinen Wein, ha? Ich sehe das, was uns passiert ist, etwas anders. Hör auf, vor dich hin zu murmeln. Ich habe Angst, dass ihr euch scheiden lasst. Du bist weggerannt, um sie später, wenn nötig, aus der Lawine ausgraben zu können. Eins, zwei, drei. Verflucht noch mal! Was ist das alles für eine verdammte Scheiße! Du weinst nicht richtig, oder? Nein, vielleicht nicht. Du weinst nicht richtig. Oh Mann, oh Mann. Ich frage mich, wie ich reagieren würde, wenn du sowas mit mir gemacht hättest. Ich habe einen verdächtigen Mann mit dem Handy, der den Konvoi beobachtet, over. Wenn Sie glauben, dass er Truppenbewegungen meldet, haben Sie grünes Licht. Ihre Entscheidung, over. Womöglich ruft er nur seine Alte an. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Freund. 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 Freund.